Hallo und herzlich Willkommen zu Random is Random, nein, tatsächlich habe ich noch keinen Namen für dieses Format, aber ich bin trotzdem heute Mount Your Friends mit den guten Rikimania. Hallo. Hallo Rikki. Das bin ich. Ich mounte jetzt mit dir, ne? Du bist mein Freund, oder? Ich mounte jetzt mit dir und ich bin dein Freund, ja. Okay, es ist ein simuliertes Swords-like-Experience. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind bereit. Wir haben uns beide individuelle Köpfe gemacht. Meinen kennen wir schon, das ist mein Avatar. Ja. Und deiner, den kenne ich noch nicht, der sollte eine Überraschung sein. Ich bin mal gespannt. Na. Aber ich habe es erwartet. Ich muss zugeben, ich habe es gedacht. Komm, der passt doch. Ist doch der Shit, oder nicht? Der passt, ja. Vor allem, dass du BH noch genommen hast als... Passend? Als Dings, als Accessoire. Als Accessoire, natürlich. Kurz zu den Regeln des Spiels. Es geht darum, wie man wahrscheinlich schon sieht, einfach so hoch wie möglich zu stapeln. Also man muss den jeweiligen anderen Charakter überbieten in einer Höhe. Und kann dafür seine Hände und Beine benutzen. Die sind quasi wie Klebstoffe. Man ist Spider-Man. Genau, die bleiben halt an den anderen Sachen kleben. Sieht man ja ganz schön, ist eigentlich quasi selbst erklärend. Kurzweiliges Spiel. Kann man nicht lange spielen, ehrlich gesagt. Oder würdest du auch sagen, Rekino? Ja, man kann auf jeden Fall... Man kann es ja auch zu viel spielen, tatsächlich. Man kann es ja auch in einer Runde spielen. Das wäre für mich der Shit. Man kann sich das schon schön machen, das Spiel. Aber es ist halt so ein Ding, woran ich mich jetzt nicht stundenlang aufhalten kann. Es ist so für so einen Random-Part und so was hier ist das der Shit. Und ich meine, man kann die Köpfe einfügen. Und eigene Körper. Ihr könnt euch auch einen eigenen Körper erstellen. Das ist der Shit. Das ist halt echt gut. Also, der eigene Körper wäre immer interessant zu sehen, wie das aussieht. Aber das sah sehr, sehr, sehr viel komplizierter aus als die Köpfe. Oh, krass. Ah, wie ihn gebrochen. Alter, was er da gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Unfassbar. Okay, warte. Unfassbar. Woo! Ich habe heute die sportlichen Weiße Unterwäsche angezogen. Ich merke das schon. Er ist bereit. Okay. Das? Oh nein, falsche Taste. Das ist der Tod, wenn man die falsche Taste nimmt. Wir haben übrigens auch kurze Spielzeiten eingestellt. Das heißt, kleine Fehler werden böse bestraft. Oh Gott, Maeve. Nein. Ah, ja. Nein, 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 nein. Kannst du es noch schaffen? Das muss jetzt ganz, ganz schnell sein. Ganz, ganz schnell. Oh Gott, er schafft es noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat es echt nicht geschafft. Damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Das sieht so witzig aus. Geine. Schade, schade, dass die Hode fahren, weil es natürlich vom Körper nicht unbedingt immer dazu passt. Ne, ja, das war trotzdem. Aber es ist trotzdem sehr witzig. Es ist trotzdem sehr, sehr witzig. Oh Mann. Und ich bin übrigens ein Gott in diesem Spiel, möchte ich immer so sagen. Ja. Alter, da hat er es geschafft. Und er macht noch eine schöne Pose. Ja, 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 komm. Ach, schade. Ich dachte, du machst dir einen Fuß noch hoch. Ne, ich wollte dich erst, aber dann habe ich gedacht, ne, wenn du jetzt runterfällst, hast du verkackt. Okay. Du bist nicht überhaupt noch mal sicher gegangen. Ui. Ui, fast noch im Schneidersitz geflogen. Alter. Alter, Schwede. Okay. Jetzt spielen, ne. Okay, okay. Äh. Lass mich los. So. Nehmen wir die Hand. Noch geht's. Oh Gott. Da ist er nie hoch. Oh, komm. Noch geht's von der Zeit her, ne. Noch ein bisschen, ja. A und X. Was man natürlich noch machen kann, ist, äh, die Gravitation ändern. Oh Gott. Tatsächlich haben wir noch nichts. Du hast den anderen Rick gerade. Einen kleinen Snack im Gesicht gedrückt. Er hatte Hunger. Was soll ich machen? Alter, die Physik ist unfassbar. Die Caps sind gerade alle. Das ist unfassbar, wie das Ding umher schwingelt. Nicht, dass ich da hinschucke oder so. Du, das. Es ist schon hypnotisierend. Ja, bei guten Ricki Maia. Oh Gott, nein. Kommt übrigens auch ein Katt. Du schaffst es nicht. Du verkackst. Yes. Nein. Yes. Warum haben wir nicht wieder rausgeflogen? Ich hab keine Ahnung. Maeve wins. Das ist das Wichtige. Und, äh, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich, äh, da werden wir mal eine andere Gravitation testen. Bis gleich. Okay. Maeve press start to begin. Alles klar. Es regnet. Wir haben Sturm genommen. Ja. Wobei das jetzt nicht aussieht wie ein Sturm unbedingt. Es ist ein bisschen, ein bisschen regender. Und wir haben, äh, ein schwereres Feld genommen. Ein schwereres Torrent. Das ist wirklich schwerer? Kann, oder, oder, oder kannst du dich einfach an diesen Sachen da festhalten? Ich schätze mal, da kann man sich daran festhalten. Das sind wahrscheinlich so wie fliegende... Oh, du wehst tatsächlich so ein bisschen. Das sieht so dumm aus, ey. Alter, jetzt hast du... Der Bikini ist passend zur Mütze so ein bisschen. Na? Na? Na, ha, ha, ha. Na, ha, ha. Hi, Maeve. Hallo. Hör auf. Das ist ekelig. Das ist ekelig. Hör auf. Das ist widerlich. Guck dir meinen Bein an, wie gelenkig ich bin. Oh. Hi, Maeve. Hallo. Hör auf. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Ey, wenn du jetzt verkackst... Hast du kurz gedacht, ne? Ja, hab ich echt kurz gedacht, so. Ach, du darfst das nicht berühren, ist klar. Es passiert das nicht. Ach, du Scheiße. Es ist gerade fast wirklich verkackt. Oh Gott. Hallo, Rikki. Hi. Hallo, Maeve. Alles klar. Warte. Oh, mein Gott. Das Spiel ist super. Und? Gib mir die Hand, Rikki. Danke. Nee. Don't touch me, please. Don't touch me. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, warte. Jetzt... Oh. Yes. Okay, warte, ich komme. Das sieht so dumm aus, wenn die loslaufen. Wie so eine beschissene Spinne oder so. Wie eine behinderte Spinne. Die beschissene, hab ich gesagt. Eine behinderte trifft das auch. Ja, das ist wahr. Oh, guck dir das an. Hm. Hm. Ah. Yoga. You spin me right round, baby. Right round. Nein. Oh, nein. Großartig. Oh Gott. Alter. Oh. Das ist hoch. Das war... Das war kurz. Nein. Oh. Nein. Falsch. Okay, sportlich. Oh Mann. Sehr, sehr sportlich. Was müssen stolz auf dich? So. Ah. Ich halte mich nicht fest. Das ist nicht das, was ihr denkt. Oh. Das ist nicht, was ihr denkt. Oh Mann. Warte. Hallo Rikki. Hallo. Oh, die Musik. Jetzt kommen die Trommeln. Jetzt, 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 geht sie los. Hi. Alter. Erstmal dick. Dick, dick in den Arsch. Ah, ich glaube, du schaffst das von der Zeit her. Natürlich schaffe ich das. Ich bin der King. Du bist der Gottes Mount Your Friend, ja. Ich bin der Gottes Mount Your Friends. Guck es dir an. Guck es dir an. Aha, locker. Na, Malf? Hast du es gerne im Gesicht? Nimm das weg von meinem Ohr. Hör auf. Oh ja. Hör auf, das ist ja miserlich. Spürst du es? Nein, das hat er dir auch noch abgelegt, Alter. Ich parke ihn mal kurz hier. Okay. Oh, Mann. Das ist mir kurz, ja, kurz anstrengend. Ja, oh, knapp drauf vorbeigegriffen. Hast du mir nicht, wenn ich wegschwarte? Oh, oh. Schade. Okay. An dem Achselhahn hätte er sich das jetzt. Äh. Meine Pose ist wunderschön oben. Ja. Nein, den falschen Gedogen. Oh ja, oh ja, oh ja, schafft er nicht, schafft er nicht, schafft er nicht, schafft er nicht, Darfst du nicht berühren. Ja, da hängt wie so ein Krüppel. Geschafft. Das ist das Wichtige. Mal gucken, ob Zachary Abul, wenn du das da hinkriegst. Zachary Abul. Das klingt wie ein Gewinner, würde ich sagen. Mhm. Er sieht doch aus wie ein Gewinner. Klingt wie ein Gewinner. Gewinner. Oh, 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 oh. Rikki. Ja, ja. Werd schon. Tick-Tack. Ja, Tick-Tack. Ich mag keine Tick-Tacks. Wirklich nicht? Nee. Warum nicht? Tick-Tacks sind super. Oh nein, er schafft's. Gott. Oh. Was? Ich habe einfach meine Hand kurz hochgereift. Oh, das war knapp. Halleluja. War das gerade knapp. Diese epische Musik, der war der. Ja, ja. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay. Das da hin. Oh Mann. Oh nein. Ich bin schade, dass man nicht zwei Tasten Gläser nicht drücken kann, war? Ja, Maeve. Gerühr ihn ruhig. Ja, vornehmen. Was? Ich habe nur noch vier Sekunden? Nein! Ich hätte das noch landen müssen, auf dem Pippen, oder wie so reingerammt sein, wie Boden, wie so ein Schild. Oh Mann. Oh Mann. Wie ich oben noch... Guck mal, ganz... Ein Pixel, ja? Oh Mann. Oh Mann, mit einem Pferd. Bist du noch drinnen im Spiel? Kann man gleich weiter machen? Oh Mann. Dann was anderes aber. Bist du auch viel? Ja. Ah, da sind wir nicht rausgeflogen. Dann müssen wir diesmal nicht cutten. Dann kann man ja jetzt hier sehen, die vier verschiedene Maparten. Und was gibt es denn... Space hatten wir bei dir. Apropos bei dir. Bei Rikimania gibt es auch einen guten Part, einen guten Random Part. Link natürlich in der Beschreibung. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, kennt man ja. Aber wir sind ja hier auf Wächtigstuhrers. Kippt man ja nicht. Link ist in der Beschreibung zum guten Rikimania. Unbedingt besuchen. Ja. So. Wir haben Space. Ach, gibt es nichts anderes als Storm Space und so? Nee, leider nicht. Es gibt echt nur die drei. Oder man kann andere sagen, Freispiele. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, schade. Natürlich fahren wir mit einer wunderschönen Pose an. Oh, die ist wunderschön. Die ist ja shit. Hast du es jetzt schön eklig, da hochzukommen? Ich habe mir erst ein paar hautfarben. Hallo, Rikki. Hallo, Rikki. Hallo, Rikki. Alles fein? Ach so, schade. Ihr Gesicht ist außer Reichweite. Warte, ich lasse es noch kurz auspendeln. So. So. Ein kurz auspendeln. Alter, was für ein Skillsjump. Ja, das war genauso geplant. Von Quentin Icard. Das war genauso geplant. Okay, Maeve, jetzt wird es dich revanchiert. Oh nein. Da, mal den. Das kriegst du nicht hin, oder? Das ist beides ein bisschen gebrochen. Oh, 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 oh. Oder doch? Nee, nee, nee. Er leg mich immer so dazu. Er leg mich immer so dazu. Wie dumm das aussieht. Das sieht so dämlich aus. Oh, Mann. Oh, guck mal. Hast du was gesehen? Das war der Shit. Guck mal, im Shader sitzt. Oh, 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 oh. Oh, shit. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Don't touch me. Oh, Maeve. Oh. Komm wieder zurück. Okay. Tristan Weller. Leg los. Sind das zufällige Namen, oder sind das vielleicht sogar Leute, die das Spiel in der frühen Entwicklungsphase unterstützt haben? Oder vielleicht die Entwickler? Na, wobei. Es gibt wahrscheinlich nur einen Entwickler. Ich wollte gerade sagen, wie viele Leute sollen diesen Scheiß mit Entwicklern haben? Es gibt wahrscheinlich nur einen einzigen. Kann ich ja. Ah, der Ricky. Wie im Chili, der Camp. Warte. Ich lasse ihn eben auspendeln. Wen, den Ricky oder den kleinen Ricky? Den großen Ricky. Den Mania. Den Mania lasse ich auspendeln. Okay. Oh, Mann. Nein, den falschen losgelassen. Guck mal, man hat vier Tasten und ich nehme ausgerechnet den, den ich nicht will. Okay, und den noch. Alter. Die Geräusche. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Das war aber, ich habe noch Zeit, oder? Ne, meine andere Hand. Das ist ein Scary Movie Insider. Oh, guck mal, siehst du, die große. Ist die schön. Die ist so großartig. Oh, Mann. Hi, Ziege. Oh, Mann. Warum sind meine Parts nie so gut? Warum sind meine Parts nie so gut? Spöre doch nicht deinen Part. Was? Ist das auch gut. Ja, stimmt auch. Aber nicht so. Ist schon... Oh, und? Es ist ja wirklich wie im Chili der Camp, ey. Nur mit einem kleinen Unterschied. Mit einem sehr großen Unterschied bei mir, bitte. Naja. Unwesentlich. Ey, please. It's my rigga digga ding dong dong. Guck dir mal den unteren an hier, ja? Ja, bitte. Da hängt die Gurke falsch rum. Das ist Clay. Der kennt sich mit Bananen nicht aus. Nein. Nein. Warte. A loslassen. B loslassen. Wooo. Nein. 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 Okay. Äh. A. Die Zeit läuft. Und die Musik wird spannend. Oh Gott, Maeve. Vier Sekunden. Wow. Das hat auch so ein knappes Ding hier gelegt, wie ich jetzt das mache. Tenner Inkel. Tenner Inkel. Der macht das jetzt. So heißt kein Mensch. So heißt kein Mensch auf der Welt. Ich glaube, du kannst auch jeden 1 Cent einen Kopf geben, ne? Alter, nein. Ich hänge fest in der Ziege. Musst du mir loslassen. Und die Zeit läuft. Ich kann nicht hier raus. Oh nein. Das ist der Sieg für mich. Do the hip. Up. Do the hip. Do the hip. Do the hip. Do the hip. Do the hip up. It don't stop. Don't stop. Da bin ich die Ziege streichen, Ricky. Ja, Alter. Ey, komm. Hey. Go there. Do the hip. Du hast einen viel zu großen Kopf, ey. Nice. Gut, deine Kämpi. Die ist bestimmt der hängende Punkt. Das ist wohl eh. Me, ich bin es. Oh ja. Oh Mann. Oh Mann. Ja, die positive positive positive. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf meinem Rig Master rein. Link in der Beschreibung. Lasst es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss Sikowski. Tschüss.